So, hi Freunde, willkommen zurück zu Aliens, Colonial Marines. Äh, ich meine Aliens, bla, Marines. Und, ja, wir sind hier wieder in dieser schleimigen Höhle. Äh, Höhle? Schleimige Gänge sind das eigentlich. Ich wollte gerade sagen, Höhle ist es nicht. Sieht irgendwie aus wie eine Höhle, so beängstigen wir irgendwie so ein bisschen. Was macht denn hier unten noch dieser Nil? Muss der nicht da hoch? Der war da auch eben eigentlich noch. Ja, deswegen. Naja, egal, ich glaube, wir müssen hier hoch, ne? Ja, doch. Ja, ja. Weil er da unten steht. Okay, wir haben den Zweitkontakt im letzten Part mit den Aliens. War ein bisschen, naja, nicht so toll, ne? Anfangs noch gefailt, an derselben Stelle. Ach, Quatsch. Hast du auch wieder recht? Wir failen nicht. Oh, meine Fantastik. Oh Gott, ich habe die Orientierung verloren. Ich weiß nicht, wo lang wir müssen. Müssen wir hier lang? Ich weiß es nicht. Ich dachte gerade, du meinst es ironisch. Oh, ich habe was gefunden. Ey, komm mal her, das hier sieht einladend aus. Ich habe hier eine Higgs-Schrotflinte gefunden. Was? Und eine Errungenschaft bekommen mit einem persönlichen Freund. Wer ist Higgs? Keine Ahnung. Ey, ich auch. Legendäre Waffe. Aha. Die können wir ausrüsten, oder was? Nee, das ist wahrscheinlich eine von diesen, obwohl... Stell dich mal hier hin. Ey, ich habe da jetzt eine. Ist es die? Ich weiß nicht. Ich habe da eine neue. Ich habe meinen... Ja, könnte sein. Ich habe mein Maschinenpistole nicht mehr. Echt? Ja. Also, ich habe die noch, die Maschinenpistole. Okay, ich nicht. Naja. Stell dich mal hier hin und schau mal dahinter. Das ist doch mal einladend. Sie ist da hinten gar nichts, außer einen komischen roten, rot-weiß gestreiften Punkt. Nee, Viereck. Alles wird gut, alles wird gut. Jaja, alles wird gut. Ich habe schon Halluzination. So still hier irgendwie, was ist denn los? Ich vermisse irgendwie irgendeinen Dialog oder sowas. Wo müssen wir überhaupt hin? Na da. Ja, würde ich sagen. Also, Neil ist da hinten. Dann lass ihn da hinten sein. Oder? Ja, doch. Ja, 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 ja. Hallo, wohin wurde ich denn jetzt teleportiert? Auf die andere Seite. Ja. Ach, hier ist der Checkpoint. Ja. Also irgendwie sind die doch ein bisschen blöd. Manchmal. Wie das da drin klemmt. Wie lange brauchst du denn sowas? Sind das denn Code? Wie soll man sich sowas merken? Das ist ja das Problem. Er kann sich das gar nicht merken. Der sieht gerade nur, wie blöd auf der Tasterzohrung. Irgendein Code muss es sein. Irgendeine Zeinkombination war es da. Ich muss sagen, meine Oma, nee, nee, ist es eine Scheiße. Oh Gott, der schreckt mich da nicht. Bin ich jetzt erschrocken. Nein. Aber der Checkpoint ist genau davor. Wo bist du? Huh? Hä? Are you dead? Ja. Ich dachte, wir beide sind tot, weil die Musik so gut ist. Hinter dir, hinter dir. Ja, 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 aber bei mir lecks. Ich habe ihn schon gehört. Da ist noch einer hinten, glaube ich, oder? Oder ist es ein Pixel? Aber wo bin ich denn? Ne, ist, ach, ist nur der Zug. Äh, der Zug. Keine Ahnung. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Ah, okay, ich bin am Kontrollpunkt wieder. Panzerung. Oh, mein Hund, ey. Oh, Mann, bin ich so erschrocken. Ich denke, was ist das denn da an meiner Tür? Warte mal, ich lasse die mal rein. Ja. Ey, Nono. Ah, nee. Du bist ja gar nicht Nono. Shepa, was machst du hier? Wie bist du hier hochgekommen? Die hat gehört, dass wir aufnehmen. Achso, sie sehen doch noch mehr. Okay, Shepa, warte mal. Sag mal hallo. Komm mal her. Komm mal her. Komm mal her. So, die schnauft jetzt immer so ein bisschen blöd. Wenn ich nicht wüsste, dass es sie ist, dann hätte ich gesagt, also, was machst du nur für perverse Geräusche? Also, ich muss sagen, die bleibt jetzt einfach mal da. Jo. Jo. Ja, das Sofa magst du, ne? Da warst du schon oft drauf. Ja, wo müssen wir überhaupt hin? Ich weiß es nicht. Da ist an der Tür ein grünes Licht. Ja, natürlich. Und die ist scheinbar zum Öffnen. Ja, dann mach mal. Ja. Hopp. Ladies first. Ja, danke. Ich wollte gerade sagen, da ist direkt vor dir einer. Der genau zu mir durchläuft. Der wollte mich angreifen. Du musst direkt, wenn dieses Teil aufblinkt, wenn diese mittlere Maustaste aufblinkt, musst du die drücken sofort. Oh, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß, ich mach das immer im Zusammenspiel mit linker Maustaste und V. Okay. Ja, das funktioniert sogar. Äh, äh, äh. So, das hat mir die Angst jetzt ein bisschen genommen. Wo lang müssen wir denn? Wo müssen wir überhaupt hinten? Hä? Ich weiß es nicht. Ich blick gar nichts mehr. Da hinten ist irgendwie so ein Punkt. Ach, hier ist der O'Neill. Ach, Frachträume, da steht's doch. Ne. Ach, das sind die Frachträume hier. Oh Gott! Du! Kleiner Alien, du! Ach, der hat's auf O'Neill abgesehen. Okay, soll er sich drum kümmern. Oh nein! Du, 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 weg! Ich höre mich immer anguckt. Die hört sich durch das Hedda durch. Ich hab was hier. Ich nehm' gerade auch, ob er ist egal. Oh Mann! Die hat sich wohl gefüllt. Gute Nacht. So, jetzt seid ihr einfach mal live dabei. Ist doch nicht schlimm. Jetzt riecht's dir nach Shampoo. Warum riecht's dir nach Shampoo? Naja, egal. Aliens! Ich wollte gerade sagen, du hast zu quatschen! Schieß! Hab ich doch. Wo ist denn das? Da oben. Ja, die sind alle, hauptsächlich oben. Da hinten ist noch eins. Da hinten ist noch eins. Da hinten ist noch eins. Direkt über dir. War eins. Und da hinten an dem Teil ist auch noch eins gewesen. Ach, hallo? Das ist auf jeden Fall echt gut gemacht, dass wir da die ganze Zeit... rumzischen. Kommen Sie sich um die, ich öffne die Tür! Oh ja, natürlich, er öffnet mal wieder die Tür. Wir gehen hier hin am besten. Ja, ich muss mir erst mal einen Weg schaffen. Wo bist du? Hinter dir. Ich bin... Ja, ich muss... Ah, verdammt. Ja. Ach, du auch? So schnell, schnell, schnell. Ja, wo bist du? Ja, ich bin schon tot. Nein! Ich bin kameramäßig direkt hinter dir. Hinter dir ist auch einer. Verpiss dich! Oh! Und da hinten kommt noch einer. Und noch einer. Okay, okay, okay. Bei der Treppe dort. Ist aber cool gemacht. Und da oben ist noch einer. Ja, der hat sich jetzt fallen gelassen. Ach, der lebt noch. War's das jetzt? Oh, man, wie viele kommen denn da? Ja, noch ein paar. Dann hab ich keine mehr. Ich achte vor allem darauf, ob hinter dir plötzlich einer auftaucht. Stirbst du jetzt mal? Danke. Oh, okay. Okay, hinter mir kann... Ich denke, da kommt keiner. Nee, nee, ich hätte dir da schon Bescheid gesagt. Ich glaube, der ist drin, oder? Ich weiß nicht, zumindestens... Ich muss mal kurz hier schauen, ob es hier irgendwas gibt. Das sieht nämlich irgendwie nach Secret aus. Nee, hier ist hier nur Computer. Eine Bombe, okay. Beruhigend. Natürlich beruhigend. Gut, aber mehr ist hier nicht. Okay, wir kommen hier rein. Okay. Ich denke mal, du bist hier irgendwo jetzt gleich wieder. Mal gucken. Ja. Sag mal, haben wir beide eigentlich die... Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, du sagst oh, oh. Da sind... Oh mein Gott. Da sind ein paar. Sag mal, haben wir... Komm mal ganz kurz her. Ja. Eben brauchst du ja keins, ne? Hä? Eben hast du voll. Ja, nur meine Rüstung ist halt angeknackst. Ich nehme mal ganz kurz das Leben hier, ob das bei dir auch noch da ist. Ist es noch da? Nein. Okay, dann müssen wir uns das aufteilen. Ja, das habe ich schon gemerkt. Huch! Ich noch nicht. Ach, mein nervösen Finger, mal. Hier komm ich hier nicht rein. Na, ha, ha. Äh, äh. Wir sollten mal weitergehen. Ich glaube, wir sollten mal hier den Part beenden, oder? Ich bin ungefähr bei sieben Minuten, aber ich habe nicht ganz direkt am Anfang gemacht. Sieben Minuten? Ja, okay, dann hängen wir doch auch dran, um zu kommen. Weil ich weiß nicht, wie lange wir am Anfang gemacht haben, aber ich habe es relativ kurz danach gemacht. Okay, das ist gut. Dann machen wir noch ein bisschen weiter. Ich wusste jetzt gerade nicht, wo wir uns bewegen. Ähm, ja. Ich weiß gerade gar nicht, wo wir weiter müssten. Wir müssen wieder zurück, kann das sein? Der Punkt wird mir im Norden angezeigt. Ah, Fernfrachtsteuerung. Hier müssen wir hin, oder? Ja. Ah. Ich glaube, draußen sind ein paar Aliens. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Aha. Nicht mehr lange, würde ich sagen. Tschüss. Geh von der Scheibe weg. Ach du Scheiße. Ist aber schön, dass der O'Neill dort steht, ne? Ach du Scheiße. Äh. Und der O'Neill steht da. Das ist nicht die feine englische Art, würde ich mal sagen. Schiff gesichert. Bald ist dieses Schiff voller Marines. Also, suchen wir Bella. Hey, das war die erste Mission. Insektenbränge. Ein ganz normaler Tag. Genau. Im Irgendwas. Im Irgendwas. Im Nirvana. Genau. Können wir so nennen. Oh, ich hab neue Objekte freigeschaltet. Und noch. Oh, und ganz, oh, ganz viele. Blutrote Maske. Schuhebrinte. Oh. Ich hab noch standfest abgeschlossen. So heißt, glaub ich, die Mission. Keine Ahnung. Standfest. Könnte aber sein. Waren wir ja. Mal mehr, mal weniger. Was heißt ein Ping mit 0 und 80? Bezieht sich das auf Dings? Auf Internet mäßig? Ping heißt, ähm. Wie Arcus verzögert ist, oder was? Weil das kenn ich so von 0. Der Ping ist eben diese, diese, äh, von den Datenpaketen. Wie schnell die von deinem Rechner zum. Also doch, das, okay, ja, ja, ja. Ja, ich hab schon kaputt. Je niedriger, desto besser, glaub ich, oder so war das. Ja, ja, ist das. Je weniger Sekunden, desto besser, oder sowas. Das ist dann in so und so viel Sekunden ist es da. Ja, 0, irgendwas, ich weiß nicht genau. Ja. Außer du hast über 100, dann hast du eine Sekunde mindestens. Ja, stimmt. Das hat man aber eher selten. Ja. Ich hatte das, höchste war, glaub ich, mal 80 oder 90. Dann würd ich ja mal sagen, wir beenden hier den Part, weil das bietet sich extrem gut an. Ja, deswegen. Also, ich weiß nicht, wie lange der Part das ist, aber ich denke mal, wenn Days etwas kürzer ist. Das reicht schon. Ja, okay. Selbst wenn der erste Part war ja auch etwas länger. Ja. Das klappt schon. Ja, deswegen. Ja. Okay, dann danke fürs Zusehen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn es heißt, äh, Aliens abschlachten oder sowas, ne? Aiden zu den Hintern treten. Ja, genau. Oh Mann, okay. Okay, bis dann. Genau, bis dann.